Und da sind wir wieder mal bei einer Runde Isaac, wie auch in der letzten Zeit immer wieder. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Ist schon länger wieder mal her gewesen und jo. Gucken wir mal, wir haben jetzt wieder mal hier was. So einen kleinen Haufen da, einen roten. Lass mal wieder gucken, wie die Steuerung war. Na toll, hat mich das 3 mal erwischt sogar. So. So. Leute, Mutterspia. Frag mich, was der für eine Eigenschaft hatte. Keine Ahnung. So. Münze und weiter geht's. Hm. Ne. Das Herzopfer ich jetzt nicht unbedingt. So. Ja, mach mal hier mal schnell den Haufen. Pläne. So. Ja, toll. Ein Herz und ein Endboss. Na, danke. Hm. Nutze ich das? Guck ich gleich mal hier. Von der Worte ist so ein Raum. So. Hm, toll. Hm, toll. Okay, PIN. Na ja, könnte mal Glück haben. Mal gucken. Boah. So. Wunderbar. Na, wisch und er uns nicht. Äh. Okay, hätte ich erwischen können. Haha, zwei Mal erwischt. Das müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht von diesen Tropfen erwischt werden. So. Na, verdammt. Weiner. So. Boah. Ganz knapp. Aber ich schaff das noch. Hoffentlich natürlich. Boah. Na ja, okay. So. Na, machen wir schnell nochmal. Irgendwann wird es auch mal echt ein Let's Play. Zurzeit ist es ja echt nur ein Let's Fail. Mal ehrlich. Aber. Man muss es eben drin hören. Manchmal ist es echt nie einfach. Spuckt mich doch nicht an, du. Autsch. Okay. Interessant. Interessant. Hm. Huch, verdammt. Ich bin mir jetzt erschreckt, ey. Ich bin mir jetzt mal in den Itemraum. Magnet. Äh, für was ist eigentlich der Magnet gut? Wahrscheinlich für Münzen. Schätze ich jetzt mal. Hm, guck mal. Ja, ich weiß nicht, wenn er für Bomben gut wäre. Dann hätten wir nicht echt Probleme. Ich bin mir echt anziehende Sache, mal ehrlich. Oh, fuck. Test down. Na ja. So. Blaue Fliege. Na ja. Guck mal, jetzt machen wir hier die Häufchen klein. Au. Ah, okay. Man kriegt Items, die man kriegt kaum zu in. Die tun sich gegenseitig schön schreiten. Haha. Ah, Alter. Was war der? Ja, toll. Endbasraum über allem hin, na? So. Uh, also doch, die Items kommt zu Ende. Na ja, okay, machen wir jetzt einfach mal. Meistero. Ne, Monstro. So. Weder. Labelt. Wir sind weiter. Ja, okay. Okay. Let's protests. Okay. Wir sind darauf. Vielleicht. Wir sind. ć Hm, sieht doch gut aus. Ja, und die Musik ist wieder geil. So. 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 So.